Hey Leute, Coach Steff hier. Willkommen bei einem neuen Workout zum Mitmachen. Heute auf dem Programm Cardio, Fat Burn, Ausdauertraining, High Intensity Intervall. Nennt es wie ihr es wollt, das Workout wird dadurch nicht leichter. Let's go! Ich komme mir langsam dumm vor, wenn ich es jedes Mal sage, aber ich habe euch einen gratis Trainingsplan zusammengestellt. Aus allen Workouts, die wir hier auf YouTube haben. Einfach unten in der Infobox den Link klicken, E-Mail-Adresse eintragen und bekommt es gratis zugeschickt. Ich sage es jedes Mal, weil sich wirklich jeden Sonntag wieder neue Leute eintragen, wo ich denke, seid ihr hier neu auf dem Channel, unbedingt abonnieren übrigens. Oder habt ihr es bisher immer so gesehen, aber wart einfach zu faul. Ganz egal, unten auf den Link klicken. Plan ist heute wie folgt. Wir haben vier Übungen. Die erste Übung, Jumping Jacks. Schön locker, atmen ist nicht allzu schwer. Geht ein bisschen auf die Pumpe. Die zweite Übung, Burpees. Ein bisschen härter. Burpees werden auch nie leichter, weil wenn du besser wirst, machst du einfach mehr. Die dritte Übung sind dann Skippings. Also Knie hoch. Auch hier wieder schön unkompliziert. Gas geben, jeder sein Tempo. Und die vierte Übung, gesprungene Ausfallschritte. Hier links, rechts im Wechsel. Auch hier verbrennen wir sehr viele Kalorien. Wir machen die Übungen jeweils 30 Sekunden. 30 Sekunden Jumping Jacks, 30 Sekunden Burpees, 30 Sekunden Skippings und 30 Sekunden gesprungene Ausfallschritte. Das ist eine Runde. Die geht zwei Minuten und davon machen wir heute fünf Stück. Genug gelabert. Gehen wir es an. Timer, 30 Sekunden. Ihr könnt übrigens mit diesem Video hier mitarbeiten. Ihr müsst einfach nur immer wieder das Video von vorne spielen. Ich blende euch den Timer an. Also Jumping Jacks, 30 Sekunden. 3, 2, 1. Let's go. Das waren 30 Sekunden. Direkt im Anschluss, ohne Pause. Burpees. Auch hier wieder 30. Okay, gehen hoch. Nächste Übung, die dritte Skippings. Locker die Knie hoch. Noch 30 Sekunden. Und die gesprungenen Ausfallschritte. Die letzte der vier Übungen. Ein Bein vor und dann im Wechsel. Los geht's. Und das war's. Das war eine Runde. Davon fünf. Zwischen den Runden könnt ihr eine Minute, 60 Sekunden Pause machen. Sobald ihr das Workout gemacht habt, lasst mir mal bitte einen Kommentar da. Und eine Skala 1 bis 10. 1, viel zu einfach. 10, unmöglich. Wir sehen uns nächste Woche, nächsten Sonntag bei einem neuen Workout zu mitmachen. Kanal abonnieren, Coach Steph. Wir sehen uns bis dann. Peace.